Musik Hallo, mein Name ist Pian Lüttke vom Team Rheinangle. Ich bin Team Angler bei Jensi und ich möchte euch heute mal eine neue Route vorstellen. Und zwar die Baitmaster Route FastCars aus dem Sinodemro-Programm. Die schöne Weise, die ist jetzt hier mit einem Wurfgewicht von 200 bis 500 Gramm. 2,75er Länge, das ist meine neue Bootsroute. Ich fisch hier jetzt gut ein halbes Jahr und habe jetzt schon ein paar schöne Fische mit der Route fangen können und möchte euch einfach mal hier so ein paar Details zeigen. Einmal ein total stabiler Fuji Rollenhalter mit Alu-Kappen als Übergang. Korkgriff, finde ich sehr wichtig, sieht auch sehr edel aus und ist auch sehr griffig, weil der sehr ekonomisch geformt ist. Also für meine Hände, ich habe jetzt schon sehr große Hände eigentlich. Aber trotzdem noch richtig gut anzufassen und auch der Durchmesser eignet sich meines Erachtens für mich jetzt als perfekt. Die Verarbeitung der Route, das sieht man schon, die Übergänge ist alles fein lackiert. Das ist richtig gut. Dann gehen wir mal über zu den Ringen. Extra stabile Bootsberingung, SICK-Einlagen, aber mit einem sehr starken Metallrahmen. Erstens für eine gute Wärmeableitung und zweitens sehr stabil. Also wenn die mal gegen die Bordwand kommt oder man auch mal drauf tritt, ist nur sofort die SICK-Einlage draußen, sondern der Ring ist relativ stabil. Das Ganze ist unerwickelt, auch super lacktechnisch versiegelt. Also die Route ist jeden Cent des Geldes, was sie kostet, wert. Die gibt es im CES Ballet Shop beim Steffen Cornelsen und natürlich auch bei vielen anderen. Unsere Haken, die habe ich euch schon mal gezeigt, die neuen. Die super scharf beschichteten Haken. Dann habe ich hier natürlich unseren Schwimmer drauf. Und auch auf unsere Wirbel möchte ich euch mal aufmerksam machen, weil ich immer wieder feststelle, bei vielen Waltsanglern, dass viele gute große Fische durch mangelhafte Kleinteile verloren gehen. Sprich Wirbel oder Haken oder Vorfachschnur. Wenn ihr spart, spart bitte ganz woanders. Von mir aus beim Zelt, holt euch eins vom Aldi. Muss ja kein Fox sein für 500 Euro oder so. Spaß. Ne, ganz klar, also die Kleinteile, da ist der größte Druck drauf beim Waltsangeln. Die größte Belastung, ob ihr jetzt eine Schwimmermontage habt oder eine Abrissmontage. Bei einer Abrissmontage ist sogar die doppelte Belastung dran, weil ihr ja die Abrissschnur noch dran habt. Ja, und auch die Schnur, guckt bei der Schnur, schwer ist her. Ich fische zur Zeit in Reihen eine 65er, habe knapp 250 bis 300 Meter auf der Spule und schalte meistens noch an schwierigen Plätzen, wo viele Steine sind. Wir brauchen auch mal eine 80er oder eine Millimeter oder stellenweise sogar eine 1,8er Schlagschnurform mit 20, 25 bis 50 Meter, je nachdem wie weit wir abspannen. Damit wir in den Steinen halt auch mal vier, fünf Reihungspunkte überstehen und wir trotzdem noch fast 50 Prozent Tragkraft bei so einer Schnur ist dann meistens noch die selbe Tragkraft wie bei einer 65er haben, um den Fisch aus sich erlangen zu können. Und was im Reihenhalt bei uns auf der Strecke sehr wichtig ist. Ja, im Großen und Ganzen, nehmt die Rute mal bei eurem Fachhändler, Fachgerätehändler des Vertrauens in die Hand. Ich kann die euch nur wärmstens empfehlen, normalerweise mache ich sowas nicht. Was halt auch auffällig ist, ist, dass der Ring hier unten direkt an der Zapfenverbindung ist. Da es aber unerwickelt ist, mit der Metallkappe versehen und auch recht weit nach oben dann gewickelt ist, ist das auch nochmal eine super geile Verstärkung an der Zapfenverbindung. Da sieht man jetzt ungefähr der Abstand. Ich habe mich so ein bisschen, wie man so schön sagt, das ist meine neue Frau, also mein neues Arbeitsgerät, verliebt. Ich hatte ja vorher immer die Glasruten von Jensi gefischt, das war noch mal eine geile Rute. Ich habe da richtig gute Erfahrungen mitgemacht und muss euch sagen, bis jetzt macht hier die Baitmaster Fastcast auch eine sehr, sehr gute Figur. Ich werde wahrscheinlich die Roten eintauschen gegen die Weißen. Nehmt sie einfach mal in die Hand, ist eine geile Rute. Ja, sehr wahrscheinlich spiele ich euch noch einen kleinen Clip ein. Jetzt darfst du ihn nicht verlieren. geh, ey, ey, ey. Ich weiß es nicht así,stru clear. Geh, ey. Da, einfach ohne intermedi, bin ich hierään. drinke. Und ich dich gleich getir, wo alles hinbekommen verseneid, durch eine Figur Deutsch. IchRockfinde. Leider nicht sehr, macht es nett. Ich habe einen Schokolade für dich. Ich habe einen Schokolade für dich. Halt der Schwede. Der 50 hat er auch, oder? Fett. Guck mal, dass er die andere jetzt nicht angenommen hat. Da ist auch was dran, oder was? Ja, okay. Ja, kennt ihr halt? Ja, ja. Ja, habt ihr die vérte? Ja, der ist auch ein Rüge. Yo. Ja, ja, ne. Musik Ja man, genau so muss das sein hier Was meinst du, Katschkilo, Kutschkilo? Sorge Ja, ja Ich habe gestern auch einen schönen Fisch gefangen am Rhein Nach Feierabend habe ich ein paar Stunden, zwei oder drei Stunden hingehockt und habe auch einen schönen Fisch gefangen Hat auch einen schönen Überraschungsgast, aber das zeige ich euch irgendwann mal Das bleibt noch so ein bisschen Geheimnis von uns Vielleicht machen wir auf einer Messe oder so mal einen tollen Werbefisch draus Für Deutschland habe ich halt einen tollen Fisch gefangen, auf jeden Fall Und möchte mich auch hiermit schon wieder von euch verabschieden Wie gesagt, die Route, guckt es euch an Gibt es in drei, vier, fünf, fünf Ausführungen Einmal in der 200 bis 500er Klasse in drei Größen, zwei Größen, drei Größen Und dann gibt es nochmal eine Lite-Version Bis 300 Gramm, weil die Route ist schon recht straff Und würde auch fast sagen, für ausgewachsene Jungs das perfekte Spielzeug Für die jüngere Kategorie würde ich die Lite-Version empfehlen Die ist einfach am Rückrad ein bisschen weicher Da brauchen wir schon dicke Unterarme bei der Route Also, ich wünsche euch viel Spaß Tightlines in der Dicke und wir sehen uns Ciao